Der Wasserstoff wird durch diesen Magneten angerichtet. Die Wasserstoffmoleküle werden angerichtet und machen sich deswegen in der Messung bemerkbar. Es werden also physikalische Vorgänge im Gehirn gemessen und die werden letztlich überführt in psychische Erlebnisse. Also das ist schon mal ein Riesensprung, wo man sagen könnte, das verstehe ich gar nicht. Wie kann ich von physischen Phänomenen auf psychische Erlebnisse, die ich habe, schießen? Wir wissen, dass die zusammen vorkommen, aber wir wissen nicht, wie das eine das andere beeinflusst. Also die Kausalität zwischen den beiden ist bisher völlig unverstanden. Wir wissen nur, dass die Gehirnaktivitäten sind notwendige Begleiterscheinungen unseres psychischen Lebens. Notwendig. Aber Begleiterscheinungen, das heißt, wir dürfen nicht verwechseln, Korrelation, also hier geht was vor und dann geht da auch was vor und umgekehrt. Das ist Korrelation. Das dürfen wir nicht verwechseln mit Kausalität. Das eine verursacht das andere. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man sich mal vor Augen hält, was da eigentlich vorgeht, das macht der Stefan Schleim auf den Seiten 154, 155 folgende, dann sieht man, dass da doch auch erhebliche Fallstricke schon in den grundlegenden Verfahren eingebaut sind. Also, gemessen werden Veränderungen des Blutflusses, der Durchblutung im Gehirn, Volumen, Sauerstoffverbrauch nach einer Stimulation. Diese Veränderungen müssen dann erst auf eine Landkarte, ein anatomisches Modell der Gehirnregionen, projiziert werden. Also, der MRT nimmt ja nur diese Veränderungen mit den Wasserstoffmolekülen auf. Sie müssen es dann ja noch erstmal räumlich projizieren und sagen, aha, die Veränderung findet da und dort statt. Dazu brauchen Sie eine gewissermaßen eine Landkarte des Gehirns mit den verschiedenen Gehirnregionen. Das ist ein Modell. Und Schleim zeigt auch sehr schön, dass das Modell natürlich eine Abstraktion ist, denn jedes individuelle Gehirn ist wieder etwas anders aufgebaut. Also man muss da mit Schlüssen vorsichtig sein. Und er sagt, deswegen haben diese ganzen Forschungsergebnisse der Hirnphysiologen auch nur Wahrscheinlichkeitsgeltung. Wahrscheinlich ist, kann man feststellen, dass 30% aus der Gruppe gelogen haben. Denn wissen Sie immer noch nicht von den 30%, ja, welcher war es denn nun genau? War es der oder der oder die oder die? Sondern Sie können nur sagen, 30%. Ja, dann können Sie aber keine individuelle Anknüpfung machen an eine bestimmte Person, die gelogen hat. Zum Beispiel im Lügendetektorverfahren. Dann wird weiterhin angenommen, dass die Gehirnregionen funktional differenziert sind, natürlich. Dabei wird aber gern die Multifunktionalität gewisser Regionen im Gehirn außer Acht gelassen. Wonach eben eine Region auch verschiedene Funktionen übernehmen kann. Und schließlich die Frage der Deutung. Zwar kann ich Veränderungen im Blutsauerstoff messen, während ich dabei denke, wäre ich ein schöner Sonntag. Aber diesen Gedanken kann ich der Messung nicht entnehmen. Das kann nur die Person, die gemessen wird, mir dann berichten, was sie dabei gedacht haben. Aber es könnte sein, dass eine andere Person mit den selben Messergebnissen genau auf einen anderen Satz berichtet. Aber kann man messen, ob es positiv oder negativ ist? Ja, das versuchen sie natürlich. Sie versuchen, ob jemand simuliert oder ob... Das heißt, die Annahme ist dann, dass jemand, der lügt oder simuliert, besonders eine Region im Gehirn aktivieren muss, die rationale Kontrolle ausübt. Nämlich darüber etwas zurückzuhalten und nicht zu sagen. Und dazu bedarf es, also während jemand, der frei spricht, braucht diese rationale Kontrolle nicht. Sagt einfach die Wahrheit und dann ist diese Gehirnregion nicht aktiviert. Also solche Versuche macht man durchaus. Aber ganz überzeugen kann einen letztlich diese Versuchsanordnung nicht. Es gibt noch weitere Parameter, dass Versuchspersonen natürlich auch nicht alle gleich sind, sodass bei der Auswahl der Probanden schon Rücksicht genommen werden muss oder gewisse Bedingungen gestellt werden müssen, dass jemand keine Medikamente nimmt oder dies nicht, keinen Mutzung und Blutdruck hat oder dies nicht hat oder das nicht hat. Da müssen schon Leute ausgeschieden werden. Das heißt, das sind schon nicht mehr der typische Durchschnitt der Bevölkerung, sondern es sind ganz ausgewählte Versuchspersonen, was dann die Aussagekraft des Forschungsergebnisses auch wieder einschränkt. Ich habe eine Frage. Kann man überhaupt die Entschlüsselung des Gehirns losgelöst von der Binomentschlüsselung betreiben? Macht das Sinn? Das weiß man. Das müssen Sie in Schleim fragen. Denn eigentlich müsste das ja ineinandergreifen, denke ich. Also stelle ich mir jedenfalls vor. Die Genomentschlüsselung? Ja, ich weiß es nicht. Es geht ja bei der gehirnphysiologischen Untersuchung um die Zuordnung von Gehirnaktivitäten zu Regionen und dann die Aussage darüber, welche Funktion erfüllt diese Gehirnregion vorrangig. Ja, aber wenn man doch eigentlich schon festgelegt sein soll, dann denke ich, wo eine Gruppe ist, eine Festlegung durch die Genetik. Ich meine, ich habe jetzt gerade von einem Wissenschaftler gelesen, der sein gesamtes Genoment. Da gibt es, glaube ich, acht auf dieser Welt. Tatsächlich, ja. Und mehr gibt es. Also ich weiß, dass von verschiedenen Insekten und so hat man das Genoment vollständig entschlüsselt, vom Menschen aber, glaube ich, noch nicht. Doch, ja, also man kann das machen lassen. Also der hat ein Wester. Ja, also da will ich mitziehen. Der Wester will das bei sich machen. Ah ja. Bei sich selbst. Bei sich selbst, ja, ja. Das ist der, ja, das ist der berühmte amerikanische Biologe, der diese ganze Geschichte initiiert hat, der Entschlüsselung des Genoms. Ich möchte Ihnen noch eine Stelle bringen aus dem Buch von Stefan Schleim. Eine Aussage von Gerhard Roth, dem Neuro-Wissenschaftler, dem Bremer, der sagt folgendes. Das limbische System, dieses Bewertungsgedächtnis, in dem unsere gesamte Lebenserfahrung abgelebt ist, steuert unser Verhalten. Das limbische System. Es entscheidet unter Berücksichtigung der jeweiligen Reize aus der Umwelt und meinem Körper, was ich im nächsten Augenblick tue. Das limbische System, nicht ich. Und, interessant ist die Sprache, es entscheidet, das limbische System entscheidet. An sich kann es nicht entscheiden, wenn Moleküle aufeinanderprallen oder Synapsen feuern, wird da nichts entschieden. Da ist nur die Frage, welches Signal ist stärker als das andere, oder? Gut, also entscheidet wahrscheinlich nichts. Er fährt fort. Dies bedeutet, dass die eigentlichen Antriebe unseres Verhaltens aus dem Tiefen unseres unbewussten Gedächtnisinhalts und den damit verbundenen Gefühlen und Motiven stammen. Allerdings gehen durchaus Komponenten der bewussten Handlungsplanung mit ein, die vor allem im präfrontalen Kortex stattfindet. Diese bewusste Handlungsplanung steht aber wiederum unter Kontrolle des im Wesentlichen unbewussten Bewertungsgedächtnisses. Also dieses limbischen Systems. Also letztlich kontrolliert das limbische System alles. Das unmittelbare Starten einer Handlung, also die letzte Entscheidung darüber, dass sie dies tue und nicht jenes, beziehungsweise jetzt überhaupt etwas tue, wird durch die Basalganglien und das Kleinhirn veranlasst, die auf den supplementärmotorischen, prämotorischen und motorischen Kortex einwirken. Dies bedeutet, dass die aktuelle Entscheidung, etwas zu tun, unbewusst erfolgt. Soweit Gerhard Rhoff. Jetzt kann ich doch leicht argumentieren, das limbische System ist mir alles völlig recht. Gut. Wer hat denn diese Sachen in das limbische System gelassen und das limbische System so, sagen wir mal, konditioniert, dass es jetzt diese Entscheidungen für mich trifft, wenn es Entscheidungen überhaupt treffen kann? Das war doch ich. Ich habe mich doch so verhalten, so entschieden. Und das ist dann abgespeichert worden als meine typische Verhaltensweise in meinem limbischen System. Also ich will sagen, durch meine eigene bewusste Lebenserfahrung habe ich mein limbisches System gewissermaßen gefüttert und das macht nun gewisse Dinge gewissermaßen routinemäßig. So wie wir Auto fahren, wenn wir es schon länger tun, dann müssen wir auch nicht daran denken, jetzt musst du, bevor du den Gang einlegst, erst die Kupplung drücken oder was weiß ich. Das heißt, wir tun das alles automatisch. Und so kann ja auch unser limbisches System automatisch Dinge uns sozusagen nahelegen und uns motivieren, durchaus kausal. Aber ich kann mir doch immer sagen, das limbische System ist ja nicht ganz ohne meine bewusste Überlegung zu diesen Vernetzungen gekommen. Wir sprechen ja oft über Intuition und Bauchgefühl und so weiter. Ja, ja, ja. Das ist das. Im Endeffekt diese, wie heißt es, dieses Resonanz-Magnet-Domografie? MRT, ja. Magnetresonanz. Genau, Magnetresonanz-Domografie. Die wird ja nur im Kopf gemacht, aber ich meine auch, wo es ja eigentlich auch die Hörner umgehen soll. Oder ist das? Ja, ich nehme an, dass es schon im Gehirn stattfindet. Dass nur das, was dort stattfindet, auch Auswirkungen auf den Rest des Körpers hat. Hier was transitioniert. Ja, natürlich, denken Sie an Angst. Das ist ja ein Erlebnis, das ein psychisches Erlebnis, das hat eine Gehirnseite, einen Aspekt, in dem das Gehirn dann auch tätig ist. Aber es bewirkt, dass das Erlebnis bewirkt, dass das Gehirn Adrenalin ausschüttet. Und das strömt durch den ganzen Körperdeut. Also es ließe sich noch sehr, sehr viel dazu sagen, mir aus der philosophischen Tradition, läge mir jetzt am nächsten, besonders nachdem ich den Kompatibilismus hier angeführt habe, also dass man beides nebeneinander haben kann und dass es sich miteinander verträgt. Man kann frei sein, obwohl physiologische und psychische Mechanismen schon determiniert sind. Wir können trotzdem die Kontrolle darüber behalten, was wir denn uns zu eigen machen wollen davon. Da lehne mir am nächsten unser großer vorkantischer Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz, der über diese Frage unendlich nachgedacht hat, das Freiheitsproblem, Determiniertheit des Willens. Aber dazu sollte man vielleicht eine andere Veranstaltung machen. Okay.